Schönen guten Tag, Roger Ocker hier auf der CeBIT 2014 in Hannover auf dem Chief Deck Stand. Ich bin Senior Territory Manager EMEA Europe, Middle East and Africa und freue mich auch dieses Jahr wieder einige sehr innovative und interessante Produkte vorzustellen. Teilweise noch in der R&D Phase, nämlich Research and Development. Teilweise aber auch einen Schritt weiter. Hier versuchen wir ein weiteres Gamer-Gehäuse auf den Markt zu bringen, welches alle Anforderungen eines High-End Gamers entsprechen, aber vom Look her doch etwas sleek gehalten werden. Es ist einfach so, dass immer mehr Gehäuse schon eine Art Aggression mit sich bringen. Dies versuchen wir hier zu vermeiden. Man sieht also von der Front her, dass wir den sehr sleek gehalten haben, aber vom Inneren her natürlich alles anbieten, was das Herz begehrt. All-in-One Wasserkühlung, ob die Zwerer oder die 240er ist bereits vorgesehen. Cable Management für Mainboard und installierte Kabel sind ebenfalls gegeben. Das Netzteil wird wie üblich unten eingesetzt und hat noch ein zusätzliches Dust Guard, um eben nicht allzu viel Staub aufzunehmen. Im oberen Bereich, für den Fall, dass die All-in-One Wasserkühlung nicht installiert wird, haben wir zwei Fanspeed-Regel. Natürlich wird oben, statt die reguläre Dockingstation, eine Card-Reader-Einheit eingesetzt, da dies heutzutage wesentlich relevanter ist im oberen Bereich, um auch die Verfügbarkeit und der Accessibility zu gewährleisten. Natürlich USB 3.0 bereits vorhanden, aber auch 2.0 für den Fall, dass das Board noch nicht genug 3.0 Headers mit sich bringt. Der HDD-Käfig hier ist auch modular für extra lange Grafikkarten, um auch hier sicherzustellen, dass es vom Platz her ausreicht. Und wir danken stark darüber nach, die Dockingstation in einen der 5,25 Zoll zu integrieren, um so in einem Hotswept-Prinzip weitere Verfügbarkeit von Daten zu gewährleisten. Dieses Produkt, wie gesagt, ist noch in der Entwicklungsphase. Doch wir hoffen und sind da sehr zuversichtlich, dass wir schon im Juno auf der Computex in Taipei dieses Produkt als fertige Allround-Lösung anbieten können. Vielen Dank. Vielen Dank.